und wie schon gesagt hat wir sehen uns gleich wieder spiel fortsetzen aber es sind so viele zumbies ja problem ist wir haben natürlich auch auf unserem kompass jetzt kein ziel weil wir hier wie blöd jetzt suchen dürfen und hier werden auch bestimmt viele in den häusern drin sein wo ich komme da gar nicht rein treibstoff was haben wir hier ball mit achsen nein ich sage mal ja das ist natürlich blöd weil dann kommt einer nach dem anderen ich bleibe jetzt hier hinten jetzt seht ihr schon jetzt wurden wir ein paar mal getroffen jetzt haben wir fast keinen schaden erlitten aber manchmal kriegen wir so viel schaden und ich weiß nicht warum das so ist da ist nichts weiter mal gucken in welches haus überhaupt rein können also die verbesserte machete schon gut ich frage mich wieso ich immer mit meinem messer herumgelaufen bin da überall sind die türen zu also ich frage mich wirklich wie wir in die häuser reinkommen vor allem wir kommen hier überhaupt nicht weiter mal schauen ob wir dann das aufmachen können ich habe wirklich gedacht wir können die zombies hier vorne umgehen zu früh gefreut da wir kommen wirklich nirgendwo rein nein nicht aufstehen nicht aufstehen oh ich komme nicht durch hey zwei schläge das mal waren es drei jetzt gehe ich einfach hier weiter oh ne trete er sich ja mal um kacke boah da sitzen ja da sitzen so viele suchen sie in den häusern nach ja ich begreife das nicht hier hinten sind wir ja von den häusern weg da müssen wir jetzt wirklich mal auf der seite schauen ob wir hier in das haus reinkommen wobei hier vorne ja nicht mal so viel zum ah ja schaut hin da ist nämlich haus offen also da müsst ihr wirklich aufpassen da sind alle häuser zu bis auf eins und sogar benzin so und jetzt seht ihr ein paar mal schaden bekommen und jetzt finde ich das war schon mehr aber einmal trinken reicht für uns jetzt gehen wir mal hier hinten raus ich kann ja nicht sagen wie viele köpfe wir schon hier gespalten haben mit dem messer so ja da kommen auch wieder einen rein aber hier können wir wenigstens schön durch die gärten laufen ja hier ist die tür offen aber ist das hier zu nein ich glaube jetzt langsam wirklich dass wir hier vorne überhaupt nichts suchen können sondern dass wir wirklich da hinten durch müssen vielleicht gibt es da hinten dann auch noch häuser mit irgendeiner siedlung aber ich habe jetzt irgendwie es hat jetzt eher ausgeschaut wie ein einkaufssender so groß ja aber jetzt werden wir da hinten durchgehen und wenn wir da nichts finden dann gehen wir halt nochmal hier vor aber ich glaube wirklich dass wir hier alles durch haben oh ne mich hat einer gesehen oder ne verfolgt werde ich auf jeden Fall schon mal nicht dadurch schaut er wirklich aus wie ein einkaufssender oder irgendwie sowas schnell ja der weg hier ist natürlich besser wie der andere weil da sitzen ja schon drei und ein hier auf der wiese so jetzt muss ich mal gucken wie gehe ich jetzt am blödsten hier rüber wenn ich jetzt so lauf ich lass mich jetzt von dem einfach mal sehen dass der zu mir kommt dass man den schon mal von denen hier weg bringen so jetzt schnell zu denen so war das natürlich nicht geplant aber wenn wir gleich beide auf einmal treffen ist ja super so da ist noch einer und da ist einer holen wir uns gleich die da oh daneben shit schon wieder eine halbe Gesundheit jetzt werden wir den haben werden wir auf jeden Fall nochmal Sportgetränk nehmen ok jetzt mal kurz schauen es ist keiner hier ausrüsten da reicht auch wieder erst einmal ah da ist einer drin oh gesperrt ja die dürften ja eigentlich dann gar nicht zu mir her kommen der wird bestimmt aufstehen was soll man hier oh 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 schaut mal an wie der Zaun wackelt oh mein Gott na hey hey das hört sich nicht gut an überhaupt nicht gut da komme ich wenigstens schon mal rein Tür zu jetzt warte mal was muss ich hier überhaupt machen achso nach Evakuierungsplänen wir sind aber schon nicht mehr in die Häuser an Benzin hey können wir doch den Zaun durchschlagen ne das wäre natürlich super ja kacke achso jetzt sind wir wieder hier vorne ja das begreife ich nicht was ist das hier oben überhaupt und Pamasi ist das Apotheke kann ich jetzt gar nicht sagen nein hey hey mal kurz gucken es kommt keiner stehst du auf ne gesperrt ja aber wo muss ich denn hin kann ich da was verschieben ne aber ich kann gar nicht an woanders dahin jetzt es geht ja nirgendwo weiter hier komme ich ja nicht drüber glaube ich oder nö und vor allem schaut hin es kommen immer wieder Zombies also ich weiß nicht ihr könnt glaube ich halbe Stunde hier rumlaufen und säubern die werden immer wieder kommen aber ich wüsste ja nicht wo ich hier hin muss weil da drüben ist nämlich auch offen wie komme ich denn da hin naja kann man nicht durchschlagen ja das begreife ich nicht oder ich habe wirklich was an den Häusern hier drüben übersehen weil hier hat es ja mit Häusern eigentlich nichts mehr zu tun dass wir jetzt wirklich schauen dass wir die Häuser richtig durchsuchen und dass vielleicht dann hier unser Ende hier drüben ist irgendwo jetzt müssen wir natürlich naja ist hier auch schon wieder einer oh ne nein 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 boah doch jetzt haben wir einen Schauten genommen stehen auf einmal gleich drei Stück da ey jetzt seht ihr schon jetzt haben wir wirklich sauviel gebraucht von dem Zeug also dann klappern wir die Häuser eben nochmal ab und hier schaut mal hin so viele Zombies sind es nämlich hier nicht mehr die müssen wir jetzt wirklich alle ausschalten nein wir müssten aber halt auch treffen ah schaden so dann nehmen wir dich mal ich weiß gar nicht ob wir jetzt hier schon waren ich glaub hier waren wir na warte mal hier sind ja wo ist denn der jetzt ach so der ist wohl Schläger naja da müssen wir schon gewesen sein irgendwas haben wir hier auf jeden Fall übersehen irgendwas haben wir, auf jeden Fall übersehen und dann können wir uns in aller Ruhe hier in den Häusern umschauen. So. Wir sind gestartet von hier vorne, oder? Das müsste ja unser Truck sein hier. Aber wir kommen in keine Tür rein. Das soll man Häuser untersuchen, aber es bringt uns nichts. Komisch. Hey. Oh, wo kommst denn du jetzt her? Da sitzt aber eine Frau drin. Oh, da müssen wir drüber springen. Oh mein Gott. Was ist mit mir los? Oh, are you looking for the evacuation? I came up here to try and find our daughters, Amy and Andrea. My wife. You need to talk to Aiden. He's in charge of sitting with the event choppers. And what a guy is? Me and his wife live in the house across the way. But I don't know if he's there. So, sprechen Sie mit Aiden über die Pläne. Warte mal. Ja, genau. Ja, genau. Also, das was auf der anderen Seite drüben ist, das ist nämlich die Apotheke, was ich nämlich gemeint habe. Da müssen wir jetzt wirklich dahinter laufen und dann wieder hier vorlaufen. Ach, Inventar ist schon voll. Naja, dann nehmen wir uns jetzt mal unser letztes Sportgetränk. Sammlerstück 7 von 16. Ja. Wie gesagt, ich bin eh nicht für die Spieße, so, dass wir hier irgendwelche Sammlerstücke finden müssen. Äh, dass ich die durch suche. Jetzt gehen wir erstmal zu dem anderen hier rüber. Das ist das Haus. Ja, Moment, war ich da nicht vorhin schon drin? Ne, da war der Benzin nur. Ach, ich kann wirklich über die Barrikaden drüber springen. Was er ist zur? Äh, Mechanik, also zur Autowerkstatt. Da war ich ja schon. Aber das kann natürlich sein, dass ich jetzt, ähm, zu weit war. Und auch wenn jetzt die Leute, dass die nämlich jetzt erst auftauchen. Ich hoffe natürlich, dass jetzt die meisten Zombies hier aber auch tot sind. Also, die ich gekillt hab, dass die auch tot sind und nicht wieder aufstehen. Ne, schaut gut aus. Wie gesagt, die drei hier drüben halt. Naja, hier steht auch schon wieder alles voll. Achso, und zur Apotheke muss ich ja auch. Also, dann kommen wir her. Hey, das ist nicht normal. Oh, nein, 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 nicht schon wieder. Ich hab kein Sportgetränk mehr. Nein, triff halt den Kopf. Jetzt nehmen wir erstmal den Einzelnen hier weg. So. Hier haben wir einen mit dem Rücken zu uns. Dann haben wir die... Ah. Ja, also ihr seht schon, der wird auch erst aktiviert. Mal kurz gucken. Antibiotika, genau, das brauchen wir. Nein. Ich hab aber auch schon keine Versorgungsration, nix mehr. Nein, daneben, daneben. Oh, geh drauf. Wo ist denn der jetzt? Hä, wie komm ich zu dir hoch? Ja, ich muss jetzt erstmal ihr, der ist scheiß Antibiotika hier bringen. Ich weiß ja nicht, ob die dann mitgehen. Aber jetzt wird's wirklich langsam kritisch hier, ohne Sportgetränk. Und vor allem, jetzt geh ich davor, sind 100% wieder Zombies da. Ja. Also ist das jetzt eigentlich doppeltes Spiel, was ich hier mach. Ich hätte jetzt wirklich da vorne, aber ich hab ja nicht gewusst, weil ich über die Barrikade einmal nicht drüber gekommen bin, dass man hier nicht rein kann. da hinten ist auch einer, das Wort dieses Haus. Oder? Ja. Ja, ist schon zu spät. Du gehst jetzt bitte bei mir mit. Du hast eine Waffe. Beide dich bitte, ich muss meine Mädchen finden. Aber gehst du mit? Ja, der geht nicht mit. So, suchen sie in der Stadt nach Aiden. Das muss ja dann der sein, der jetzt auf der Werk... Aber wie komme ich da hin? Achso, ich muss jetzt zu dem hin und 100% dann wieder zurück, um seine Frau zu holen. Ich verstehe nicht, dass der nicht mitkommt. Der hat eine Waffe, der könnte mir helfen. So, der ist wieder hier. Und da sind auch wieder zwei. Nein, drei sogar. Ja, ich weiß, dass du da oben bist, aber... Wie komme ich denn zu dir hin? Jetzt müssen wir wirklich mal da hinten schauen. Achso, da war ja der Zaun. Da ist aber auch schon keine Leiter bei dem. Ja, wie soll ich mit dem reden? Oh, nein! So. Ja? Wie komme ich denn zu dir hoch? Oh, mein Gott. Da ist eine Leiter. Boah, hast du eine Versorgungsration für mich? Was? Drück... Nee, ich brauche Gesundheit. So ein Scheiß. Ich habe nichts mehr. Oh, doch. Ja, das brauchen wir jetzt. Bolzen, den hauen wir raus. Nehmen wir die Versorgungsration. Die werden wir natürlich jetzt gleich nehmen. Und dann nehme ich meinen Bolzen wieder. Ach komm, das ist doch nicht normal, Leute. Sowas hasse ich. Ihr killt alle Zombies, geht kurz weg und dann kommen sie wieder. Die Werkstatt, eine Tasche. Geben Sie Aiden seine Tasche. Und jetzt sagt er bestimmt noch, ich muss seine Frau holen. Darf ich wieder davor laufen? So, jetzt mach was. Ja, man zieht da mal. Wirklich, seine Frau holen, Harris. Bericht sieht schön. So. Auf ein neues. Und ich hoffe wirklich, dass das in meiner Gesundheit jetzt noch reicht hier für die Mission. Jetzt muss ich da durchrennen. So, okay. Die ist weg. Ah, da ist auch keiner. Nur der ist da. Vor allem jetzt ist die Frage, wie oft renne ich jetzt hier schon hin und her? Das ist schon das dritte Mal, glaube ich. Und wenn ihr jetzt mal denkt, wie viel... Ah, ist das ein Drink? Ne. Wie viel Sportdrinks ich jetzt schon gebraucht habe? Ich weiß gar nicht. Hatten wir jetzt sechs Stück dabei? Na, da ist der Hubschrauber. Oh ja, genau. Und alles Zombies. Alles Zombies. Ich habe alle gekillt, ja. Und jetzt kommen sie wieder. Ja. Ja, genau. Genau. Hä? 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 Was habe ich für eine Waffe? Nur mein Gewehr. Ich habe ein Gewehr. Komm. Ach, die war ja das bei der Garage. Die hat fünf Treibstoffe, er ist der Gruppe beigetreten. Ah, wir hätten uns... Ja, wären wir jetzt zu ihm oder wären wir zu ihr rüber? Also einen von beiden hätten wir mitgenommen. Oh mein Gott. Aber wir haben es geschafft, ey. Ja, das kann nicht weit sein, weil schaut mal hier hin. Wir brauchen nämlich fast kein Benzin bis dahin. Auch nicht schlecht. Oh, oh, sind wir in Atlanta? Schau, da ist Fireshine Stadium. Okay, Leute, fliehen sie aus dem Gebiet. Wieso kann ich meine Ausrüstung nichts anpassen? Komisch. Müssen wir mal schauen. Sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wir haben jetzt lang genug an der letzten Tier gespielt. Also ich mache jetzt erstmal... Ich beende jetzt erstmal, weil ich jetzt auch mal ins Bett gehen muss. Es ist nämlich verdammt spät. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge genau ab hier wieder. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.